In diesem Video zeige ich euch, was Bulls'che Werte sind und gebe euch einen Überblick über Vergleichsoperatoren. Öffnet wieder die Konsole. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie man Werte miteinander vergleicht. Das ist nämlich auch ein zentraler Punkt beim Programmieren. Und ich tippe hier einfach mal mein Alter ein, ich bin momentan 24, und ich möchte wissen, ob ich jünger bin als ihr. Also mache ich 24, kleiner, das kleiner Zeichen, als, und jetzt tippt mal euer Alter ein, ich nehme jetzt einfach mal 20, ich habe keine Ahnung, wie alt ihr seid, und drücke Enter. Heraus kommt false, was auch immer das heißt. Ich tippe noch mal mein Alter ein, 24, kleiner, und jetzt nehme ich irgendein anderes Alter, zum Beispiel 31. Und jetzt drücke ich Enter, und herauskommt true. Was bedeutet das jetzt? Ihr wisst ja alle, dass der Computer auf Einsen und Nullen basiert. Das heißt, alles, was im Computer vor sich geht, alle Daten, die gespeichert werden, werden in einer endlosen Kette von Einsen und Nullen gespeichert. Die Eins steht dabei quasi für Ja und die Null für Nein, das sind die grundlegendsten Werte überhaupt. Alles, was komplexer ist, baut auf diesen elementaren Werten auf. Und dieses Ja und Nein kann man auch interpretieren als wahr und falsch, was im Englischen true und false heißt. Wenn wir jetzt eine Abfrage machen, zum Beispiel 20 kleiner 24, dann ist das, als würden wir dem Computer eine Frage stellen, ist 20 kleiner als 24? Und der Computer antwortet mit Ja, was halt true ist. Wäre das nicht so, würde er false sagen, was das Gegenteil ist. Das Interessante ist, ihr könnt hier an der Farbe sehen, dass das true und das false schwarz sind. Wenn ihr euch erinnert, die Zahlen, die wir im letzten Video hatten, waren blau und im Video davor hatte ich Strings vorgestellt und die waren rot. Wenn die Farben übrigens in der Konsole, in dem Browser, den ihr benutzt, anders sind oder das gar nicht eingefärbt ist, das kann sich von Browser zu Browser unterscheiden. Nur in meinem Browser, in Google Chrome, hat es diese Farben. Und diese Farben drücken etwas aus. Das alles, Text, Zahlen und diese true-false-Werte sind Daten, aber es sind unterschiedliche Daten. Und das ist nämlich auch, was ich euch in diesem Video vorstellen wollte. Es gibt verschiedene Datentypen. Der einfachste und elementarste Datentyp ist der, den wir gerade gesehen haben, der boolsche Datentyp oder im Englischen Boolean. Der kann nur zwei Zustände annehmen, entweder true oder false. Schon etwas komplexer sind die Numbers, die Zahlen. Da gibt es natürlich fast endlos viele Werte, die man mit Zahlen ausdrücken kann. Noch komplexer sind die Strings. Das ist eine Kette von Buchstaben oder von Zeichen im Allgemeinen. Diese drei Datentypen habe ich euch bisher vorgestellt. Die anderen zeige ich euch im Laufe dieser Videoserie. Jetzt versteht ihr also auch, was dieses true und false zu sagen hat. Und jetzt kann ich euch noch die anderen Vergleichsoperatoren zeigen, denn dieses kleine als ist ein Vergleichsoperator. Das Gegenteil von kleiner als ist größer als. Ich kann zum Beispiel austesten, ob 24 größer als 20 ist. Das ist der Fall. Ist 24 größer als 31? Nein, ist es nicht. Ist 24 größer als 24? Nein, ist es auch nicht. Aber da kommen wir nämlich zum nächsten Vergleichsoperator. 24 ist größer gleich 24. Und im Gegensatz zu größer gleich gibt es genauso kleiner gleich. Und auch das ist natürlich der Fall, weil 24 kleiner gleich 24 ist. Ich hoffe, das kennt ihr noch aus eurer Schulzeit, weil dann ist das natürlich viel leichter zu verstehen, als wenn das neu für einen ist. Wenn man vergleichen möchte, ob 24 gleich 24 ist, macht man nicht ein gleich, denn da wird es einen Fehler geben. Und ihr werdet im nächsten Video verstehen, wieso das so ist. Denn dieses Gleichzeichen wird in der Sprache, die wir hier benutzen, JavaScript anders eingesetzt. Um zu gucken, ob 24 gleich 24 ist, brauchen wir zwei Gleichzeichen. Das bedeutet, wir kennen jetzt das kleiner als, das größer als, das kleiner gleich, das größer gleich und das gleich. Und jetzt wird es interessant, es gibt nämlich noch eine Möglichkeit, um zu gucken, ob zwei Werte gleich sind, nämlich mit drei Gleichzeichen. Und das ist ein striktes Gleich. Was bedeutet das jetzt? Wenn ich hier als String eine 5 eingebe und das mit zwei Gleichzeichen mit einer Zahl 5 vergleiche, dann kommt true heraus. Das Programm, das hier einliest, was wir eingeben und versucht zu verstehen und ausführt, das guckt quasi in den String, guckt rein und stellt fest, was das für Werte sind, nämlich dass das in diesem Fall eine Zahl ist und ermöglicht dadurch, diese mit einer echten Zahl, einer Zahl, die nicht als String geschrieben ist, zu vergleichen. Das kann unglaublich praktisch sein, aber manchmal möchte man das nicht. Im Grunde sind nämlich diese Werte hier grundverschieden. Das eine ist ein String, das andere ist eine Zahl. Und schon aufgrund dieser Grundverschiedenheit könnten die eigentlich nicht gleich sein und in vielen Programmiersprachen würde da auch kein true bei rauskommen. Hier versucht das Programm quasi nett zu sein, einem entgegenzukommen. Wenn man das nicht möchte, wenn man möchte, dass diese Grundverschiedenheit, diese verschiedenen Datentypen berücksichtigt werden beim Vergleich, dann nimmt man drei Gleichheitszeichen und dadurch sagt man, beachte nicht nur den Wert, den ich hier vergleiche, sondern auch den Typ von Wert. Und dadurch kommt hier false raus. Würde ich auch die zweite 5 als String schreiben, dann hätten beide Werte auch denselben Datentyp und deswegen käme dann wiederum true raus. Das ist der Unterschied zwischen zwei Gleichheitszeichen und drei Gleichheitszeichen. Ihr kennt jetzt sechs Vergleichsoperatoren, acht sind es insgesamt, es fehlen noch zwei, nämlich ungleich und striktes Ungleich. Das Ungleich, falls ihr das noch aus der Schule kennt, sieht so aus und ist einfach die Umkehrung von dem Gleich. Das heißt, es stellt einfach fest, ob der eine Wert alles andere ist, aber nicht gleich dem anderen Wert, mit dem verglichen wird. In der Praxis sieht das dann so aus. Ich kann gucken, ob 24 ungleich 24 ist. Das ist natürlich nicht der Fall, weil 24 und 24 gleich ist. Ist es aber ungleich 23? Ja, ist es. Es ist auch ungleich minus 24 oder 24,5. Es ist allerdings nicht ungleich 24 als String, weil bei diesem Ungleich die unterschiedlichen Datentypen nicht berücksichtigt werden. Dazu müssten wir wiederum doppelgleich nehmen. Dann ist 24 als Zahl tatsächlich ungleich 24 als String. Jetzt kennt ihr die ganzen Vergleichsoperatoren, die es gibt. Allerdings ist es ziemlich witzlos, die Vergleiche anzuwenden, wenn man die Werte kennt. Dass 24 ungleich minus 24 ist oder ungleich 23 oder was auch immer, das sieht man. Dazu muss man den Computer nicht befragen. Spannender wird das Ganze, wenn man unbekannte Werte benutzt. Zum Beispiel ist a kleiner b. Wie das funktioniert, zeige ich euch im nächsten Video. Um das anzusehen, klickt einfach hier in die Mitte in dieses große Feld. Oder falls ihr dieses Video hier in einer Playlist, zum Beispiel bei CSS3HTML5.de anguckt, bleibt einfach dran.